Ich lerne Deutsch. Nummer 12123 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das Streben nach Zielen formt unseren Charakter. Es zeigt, dass wir an unsere Fähigkeiten und Träume glauben. Das Streben nach Zielen formt unseren Charakter. Es zeigt, dass wir an unsere Fähigkeiten und Träume glauben. Es ist wichtig, Begeisterung mit Vernunft zu verbinden, damit sie nicht in blinde Gefolgschaft umschlägt. Es ist wichtig, Begeisterung mit Vernunft zu verbinden, damit sie nicht in blinde Gefolgschaft umschlägt. Vielleicht sollte ich es einfach mal versuchen. Es kann ja nicht viel passieren. Vielleicht sollte ich es einfach mal versuchen. Es kann ja nicht viel passieren. Wann hast du das letzte Mal Informationen geteilt? Welche Information hat dich zuletzt überrascht? Wann hast du das letzte Mal Informationen geteilt? Welche Information hat dich zuletzt überrascht? Die junge Frau macht Fitnessübungen auf den Treppenstufen des Stadions. Ich werde den Zustand des Gebäudes notieren und dann einen Kostenvoranschlag für die Reparaturen erstellen. Ich werde den Zustand des Gebäudes notieren und dann einen Kostenvoranschlag für die Reparaturen erstellen. Ich bin ganz allein hier. Es ist niemand da. Ich bin ganz allein hier. Es ist niemand da. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.